Ich bin schon ein bisschen traurig, aber wir hatten uns nur eine ganz coole Performance überlegt und das geht halt jetzt nicht. Viel Spaß, wir sind in der Handlasch. Ich hatte so einen fetten Ausschlag auf meiner Hand. Ist das jetzt auch noch ein Video drauf, ne? Wo soll ich denn fahren? Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich drehe mal noch mal einen Vlog. Und zwar, wie die meisten wahrscheinlich wissen, gibt es bei uns ja unsere früheren Ausflugspräsentationen, jetzt eben die Hafenlounge. Und da steht dann immer ein Scout zusammen mit einem Lektor auf der Bühne. Und ich konnte mich auf der Prima gekonnt davon drücken. Jetzt ist es soweit, dass ich auch meine Hafenlounge halten darf und ich dachte, ich nehme euch da einfach mal mit. Jetzt ist es jetzt gerade im Homeoffice mit meinem Kaffee und die Präse jetzt einmal durch. Ich habe mir hier meine wunderschönen Notizen gemacht, die darf ich aber leider nicht mehr auf die Bühne nehmen. Gehe jetzt ein paar mal durch und ja. So, herzlich willkommen liebe Gäste hier im Theatrum von unserer wunderschönen Aida Diva. Ich bin die Sarah, eine der Scouts hier an Bord und ich habe Ihnen heute unsere Lektorin, die Ingrid, mitgebracht. Wir werden heute Abend einmal hier schön um die Insel herumfahren in die Bucht von Samana. Ich habe mich hier als Spontaner zu entschieden, nochmal einen Vlog zu starten. Wegen meiner ersten Hafenlounge und eben auch wegen Fumits Band. Und jetzt eben nach Mexiko waren zwei Seetage. Ich filme jetzt nur mit dem Handy und meine Kamera leer ist. Ich habe hier gerade ein bisschen aufgeräumt, habe meine Wöhme weggebracht und jetzt muss ich mein Bettzeug noch wegbringen, weil wir heute Linen Change haben. Also wir müssen einmal in der Woche unser Bettzeug wechseln und das wird nachgeprüft. Das mache ich jetzt. Ich wollte übrigens mal zeigen, wie unsere schöne Spiegelwand hier aussieht. Ich habe es hier so nach Vertrag sortiert. Das erste ist Blue, dann ist Ma, dann ist Sol und das da unten ist dann prima. Und hier haben wir unsere Notizband und hier hängen dann noch so Nodes und unser schönes Rewikabri-Poster nach. Das war gut, oder? Sehr gut, ja. Cool. Feierabend. Hallo. Ich habe gerade Pause, ich war gerade Essen. Ich habe mich jetzt noch ein bisschen rausgesetzt, still noch kurz und dann gehe ich wieder weiter am Schalzer. Ich stand eben schon 4,5 Stunden, dann noch mal zwei Stunden und dann vorbereiten für die Atemlauen. Also ich melde mich gerade noch mal aus dem Homeoffice. Ich gehe mal meine Präse durch, ich bin echt am Abkacken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also noch geht, aber ich habe immer so Angst vor dem Moment, wo ich vor der Bühne stehe und weiß, ich müsste da jetzt gleich raus. Und ich glaube schon die ganze Zeit die Schokobons von der Lina. Jetzt muss ich es irgendwie wieder gut machen, aber ich drehe durch. Ich brauche keine Schokolade. Vor allem, alle Schalter sind voll besetzt. Das heißt, vor den Gästen aufzutreten, finde ich gar nicht mal so unangenehm. Aber alle meine Kollegen sind ungefähr da und können mir zuschauen. Und ich muss langsam aufhören, Schokobons zu essen. Eins noch, eins geht noch. End allerletztes. Haarokairoof. Ah no? Kann man nicht ändern. Ich mach mir die Hose. Und Scout Team Sarah, ein paar Tipps für Sie, was Sie in Samenhauter Tournhaus wenden können. Viel Spaß, hier ist für Sie Ihre Handlautsch. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier im Theater mit unserer Stunde Aida Diva. Ja, ich bin Sarah, eine von unseren Scouts hier an Bord. Und ich habe heute die Ignen mitgebracht, unsere Lektorin. Einen schönen guten Abend. Dann kommen wir schon mal zu den Zahlen, Daten und Fakten für Samenha. Wir werden morgen um 9 Uhr ankommen. Besitze überlieben wir dann dort auch in Reden. Das heißt, wir liegen nicht am Hafen, sondern wir tendern eben mit unseren Boten einmal rüber auf die dominikanische Republik. Das heißt auch, dass wir uns nicht auf dem Kiel treffen oder am Busparkplatz, sondern eben verschiedene Treffpunkte hier auf unserem Schiff haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da nochmal am Botportal gucken, den Strand und Meer. Da haben wir Ihnen einmal die Insel Kalimimantalo mitgebracht. Das sagt dem einen oder anderen wahrscheinlich nichts. Vielleicht eher aus der Wirkbach-Halim-Insel. Ja, weil eben zieht sie. Mal noch zu den ein bisschen taktigeren Touren, wenn Sie ein bisschen mehr Action wollen, haben wir zum Beispiel einmal unsere Canyon-Keytour. Das ist eben mit dem Zipline. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke. Ja, danke für den Tim auf jeden Fall und danke auch für die schöne Überleitung. Ich mache gleich weiter mit Totopula. Hier kommen wir um 13 Uhr ab, bleiben dann bis 19 Uhr im Hafen. Das heißt, Sie können auch schön morgens ein bisschen am Pooldeck bleiben. Und ich empfehle Ihnen auf jeden Fall eben das Einlaufen anzuschauen. Das ist super schön. Hier passieren viele kleine Inseln. Ich zeige Ihnen das mal. Wir fahren einmal nördlich von Los Van Gaal, einmal nördlich von Totopula. Passieren eben diese kleinen Inseln und kommen dann in Roadtown. Das war es dann auch schon tatsächlich mit den Ausflügen, die ich Ihnen noch vorstelle. Ich habe auch ein kleines Goodie mitgebracht und zwar haben wir eben unsere Wäldes-Oase. Und alle, die bei uns einen Ausflugbuch haben, bekommen 50% Ermäßigung. Wir geben auch diese Wäldes-Oase an Hafentagen. Das heißt, Sie gehen einmal hoch auf Deck 12 zu unseren Sperrenwäldern. Und wir uns sagen einmal Bescheid, dass sie eben einen Ausflugbuch haben. Und bekommen dann diese Ermäßigung. Anrufen können Sie im Boardvertrag, denn Sie können natürlich auch gerne zu den Beratungen zu uns an den Schalter kommen. Wir haben unseren Schalter auf Deck 5, Deck 9, Deck 7 und Deck 11 oben. Man sieht dann natürlich gerne, wie Sie da. Ansonsten können Sie auch anrufen, eben einmal die 5.000. Und unter der B3-2 kommen Sie dann bei uns aus. Ich wünsche noch ganz schöne Tage hier an Ort. Wie gesagt, dann sehen Sie sich bestimmt mal. Und vielen Dank an Ingrid für die tagefrechtige Unterstützung aus dem Fall. Sehr, sehr gern. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Yo, ich habe es überlebt. Ich habe zwar bei manchen Sachen richtig dumme Sachen gesagt. Aber ich habe es überlebt. Und mein Feedback war okay. Die Meinung gesagt, ja dafür, dass du es erst einmal gemacht hast, war es okay. Oder war es gut sogar. Dafür, dass du es erst einmal gemacht hast, ist nie gut. Es hat nie einen guten Kontext. Ja, aber ich habe es ja auch erst einmal gemacht. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe es gerne gesehen. Ich habe es gerne aufgenommen, alles. Ja, das gucke ich erst mal. So interessant finde ich es ja noch. Nee, aber es ist eigentlich zeitnismäßig gut gelaufen. Und ich gehe jetzt zum Sport. Aaaaaaah! 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 Übrigens hat Lina mein Name-Tick misshandelt. Mein neues Name-Tick. Das ist unser neuer Bildang. Guten Morgen. Für mich geht es heute auf Regenwaldwanderung. Also sehe ich Anything. Das ist unser Leben. Lina agree. Huaha! Like per Partei! Das war's für heute. 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 Und Crew darf jetzt hoch, ausnahmsweise. Und ja, ich freue mich voll. Inwie macht's mich nervöser. Nur vor den Gruppen pops Spot, aber es46 ist auch mal wieder ein bisschen aufregender. Aber ich freue mich total und wird schon. Ich mache jetzt erstmal Gruppenvorbereitung und dann ein paar Abwicklungen und dann später fahre ich zum Strand. Und dann beende ich den Vlog auch nach dem Auftritt, weil irgendwie ging es ja eigentlich um diese zwei großen Auftritte. Aber mir geht es gerade eigentlich echt ganz gut. Also es ist halt wieder Ship-Life, Ups und Downs die ganze Zeit, aber die halten halt einfach nicht lang an. Das ist so ein Down, das geht fünf Minuten und dann kriege ich wieder eine gute Nachricht und dann bin ich wieder happy. So ist das halt ungefähr, so kann man sich das vorstellen. Na gut, bis später. Hallöchen, ich laufe gerade im Terminal rum, weil ich glaube, seit ich bin mit meinem Dispatch und ich gerade nicht mehr aufstehen darf, weil gerade Seen- und Rettungsübung ist für die Crew und ich einfach jetzt nicht drauf laufe. Deswegen laufe ich jetzt hier wohl ein bisschen rum. Jetzt hier ein bisschen bummeln, ich habe mir leider kein Geld dabei, weil ich dachte, ich bin mit dem Dispatch draußen. Aber so ist das halt manchmal, ne? Das ist jetzt auch noch ein Video drauf, ne? Mein Face ist ready für den großen Auftritt. Jetzt kommt die Mehdi noch vorbei, eine Bikerin und glattet mir die Haare, weil sonst sehe ich aus wie ein Pudel. Aber ich wollte sie gerne glatt haben heute. Damit, falls ich den Ton verkacke, niemand morgen erkennt. Um 9 Uhr treffen wir uns locker zum Proben. 9.45 Uhr geht die Show los und wir sind der letzte Act. Das heißt, es war Viertel vor 11. Und ich bin noch nicht aufgeregt. Also ich weiß, dass es noch kommt. Das ist diese Aufregung vor der Aufregung irgendwie. Ich habe halt übelschiss vor dem Moment, wo ich weiß, okay, Andreas ist durch mit seinem Part. Ich gehe jetzt auf die Bühne und fange an zu singen. Und vor dem Moment habe ich richtig Schiss, aber ich sage, ab dem Moment wird es geil. Ich habe das durchgedruckt, dass es hier wieder geht. Warte kurz. Läuft! Dass sich nicht wirklich von mir für mich schaffen kann. Aber ich werde es nicht öffnen. Aber ich werde es nicht öffnen. IG Musik So ihr Lieben, ich will mich noch einmal melden. Meine Haare sind immer noch mehr oder weniger glatt von gestern. Und ich bin jetzt schick gemacht und gehe jetzt gleich auf Golftour mit Michael mit unserem Golf Pro. Ja, ich wollte noch kurz berichten von gestern. Also es war eigentlich ganz cool. Ein paar Töne kannte ich besser, aber es war jetzt keiner, der so krass schief ist, dass ich dachte, oh mein Gott, wie peinlich. Oder, Lina? Ja, es war ein Ton, wo sich alle dachten, oh, gut. Ja, das ist die Hauptsache. Ja, es war eigentlich ganz cool. Ich wollte den Vlog jetzt eigentlich auch hier beenden, weil so diese Main-Riesen vorbei sind. Und ich wollte euch aber gleich noch ein paar Szenen vom Golf einblenden, aber jetzt bin ich jetzt mit on. Und sage, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Mein auch. Dann seht ihr Lina auch noch ein paar Mal und ciao, ciao. Ciao, Kaka. Ja, das weiß ich sogar. Das habe ich sogar noch nie gelernt. Also, wo soll ich hinfahren? Oh Gott. Oh Gott! Ich abholen! Ja, ich rucbe. wilde